Ich wurde gerade von dieser Schlange gebissen. Hinter dieser Mauer ist ein Wald, aus dem immer wieder diese Schlangen kommen. Weil es hier streunende Katzen gibt, die immer wieder mal eine Schlange töten, wollte ich nicht, dass sie hier ungeschützt an dieser offenen Stelle umher kriecht. Als sie hier näher kam, ist sie auf mich zugekrochen. Hier siehst du mein Knie. Aber solange ich sie nicht direkt bedrohe, greift sie mich nicht an, sondern sucht das Weite. Erst als ich sie ergriffen habe, hat sie mich zweimal in die Schlange gebissen.